Willkommen Leute zu einem neuen Pokémon Showdown Part. Heute spielen wir wieder im Overused hier und da wir in den letzten Parts ja fast alle Wetterteams ausprobiert haben, deshalb dachte ich mir, wir werden ein Sonnenteam spielen, dass wir das Sonnenwetter auch nochmal haben. Hagel müssten wir auch noch probieren, habe ich gesagt, ich habe mal Lust, alle Wetter zu spielen, also ich bin kein Wetterfreak im Pokémon, das muss ich schon sagen, aber ich habe Bock, mal die Sonne im O-Jaws zu probieren. So, wir spielen hier Sonnenseiter natürlich Kurte mit Loverbloom, Rest, Rapid Spin und Willowiss. Rest ist dazu da, dass wir uns regenerieren, denn Rock Schaden bekommen wir uns, dass wir die Sonne halt nochmal reinholen können, vollfüßig defensiv, seht euch den Pult dran, Rapid Spin ist auch nochmal nice. Und wir machen sowieso guten Schaden in der Sonne mit Loverbloom. Wegen der Sonne natürlich. Dann spielen wir hier ein, wie nur so, mäßig, voll Special Attack, Full Speed mit dem Leben Orb, um Schaden rauszumachen, Esken Kroff, wenn wir Wax 2 in der Sonne ersetzen, doppelten Späterangriff, doppelten Angriff. Sehr schön. Gigerun, Weatherbolt und Earthpower sind die Attacken unserer Wahl. Dann haben wir noch ein Choice Bag Seed Rain. Choice Bag Seed Rain haut mit Eruption in der Sonne richtig rein. Es kann dazu noch Earthpower, Flashkin, Flameslower mäßig gewesen, Full Special Attack, Full Speed mäßig gewesen für den maximalen Damage Output. Ja, man könnte auch Choice Garth Hydra spielen, aber wir spielen Choice Garth Damaniton. Dieses Pokémon haut natürlich auch nochmal sehr stark rein. Mit dem Flammblitz in der Sonne macht es extrem viel Schaden. Shierforce boostet auch nochmal Flammblitz. Aber dafür bekommen wir leider sehr viel Schaden. U-Turn für die Switch Advantage. Ich habe ja angesprochen, durch den Flammblitz bekommen wir sehr viel Recoil Damage. Und deshalb ist hier Feuerschlag sehr gut da, wenn wir einfach eine Feuerzeit gedrückt wollen mit Flampevian und Schaden machen wollen und kein Recoil haben wollen. Und dann EQ zum Beispiel für Tock Specs. Dann spielen wir noch ein speziell defensives Landroost mit Defog, Earthquake, U-Turn und Knock Off. Ja. Speziell defensiv. Dann haben wir noch ein Hydraig mit Darkpuss, Earthpower, Nasty, Blood und Roost. So. Man könnte jetzt zum Beispiel bei Landroost statt Defog Tarnsteine drauf machen oder auf Kurtl die Tarnsteine. Und ich denke wir werden auf Kurtl einfach mal die Rocks rausholen. Denn wahrscheinlich wollen wir mit Meisterfällen mit Harko Liden oder mit Landroost die Rocks rauslegen oder die Sonne wie gesagt zu setten. Und da würde ich mal sagen, wir werden mir den Erstgegner jetzt mal suchen. Ja, ich bin schon gespannt wie das Team funktioniert. Denn wie gesagt, ähm ja, ich kopiere meistens die Teams aus dem OU, aus der OU Room könnte man sagen, aus dem Teambuilding Companion genauer gesagt. So. Wir leaden natürlich mit Landroost. Wahrscheinlich leadet er. Okay. Habt wahrscheinlich auch gedacht, dass wir mit Kurtl leaden. Wohl ohne Stelle. Er setzt jetzt Nagel auf. Kurtl ist langsam und setten wir auf. Gut. Er geht wahrscheinlich auf die Wasserattacke oder U-Turn. Wir gehen in Kurtl. Searching Strikes macht sehr viel Schaden in der Sonne. Gut. Geh dann nochmal auf Searching Strikes, um uns anzuchippen. Das ist die Frage. Oder wir gehen in Hydragan. Also Volumen. Wir brauchen Micronplay von Volumen und Searching Strikes. Und. Wow. Das Pokémon ist schlimm. Also wenn wir es verbrennen können, passt das schon. Also. Wir sind über 25%. Das ist sehr schön. Und ein Burn ist hier eigentlich sehr wichtig gut. Der macht jetzt nicht mehr so viel Schaden. Gut. Hm. Normalerweise würde ich hier in Heatran gehen, aber dann macht die Eruption nicht mehr so viel Schaden. So. Speed müssen wir mal checken. Ja. Heatran ist eigentlich mit dem Speed jetzt nicht so wichtig. Aber wir gehen einfach mal in Vino. Ich denke, das ist ein guter Play hier. Die U-Turn. Okay. Er ist nicht gelockt. Das sind mal Informationen, die wir auf jeden Fall brauchen. Ororos. Das kann auch. Snow Warning. Ja, das habe ich vergessen. Gut. Der kann auf eine Eistacke oder Gesteinstacke gehen. Wir gehen in Heatran. Und der geht auf die Tarnsterne. Gut. So. Wenn wir auf eine Feuerattacke gehen. Also Flash turn ist hier auf jeden Fall die beste Wahl hier. Er wird das predikten. Und wir gehen einfach mal auf Eruption Choice Bags. Sash. Es hat ein Sash. Warum? Ja gut. Das konnte ich jetzt nicht voraussehen. Lan, Rusty, U-Turn. Wenn er Full Speed ist, ist er schneller. Das war eigentlich kein guter Play. Aber er geht in UfG für Rapid Strike. Wir können in Vino gehen und eigentlich Gigatrain drücken. Oder der geht in Celestino oder Blaziken. Oh, ich spiel gerade Bad. Das muss man schon sagen. Aber wie gesagt. Flampivien them all. Aber ich muss es safe reinbekommen. Blaziken. Ist Vino eigentlich hier wichtig? Wir gehen in Land Rose. Das ist auf jeden Fall die optimale Wahl. Und wir defoggen hier. Sword Stance. Speed Boost mit Sword Stance. Ist erlaubt. Ja gut. Das ist wahrscheinlich ein GG. Ja. Kurtl können wir entsetten. Gehen hier auf Rest. Der killt uns jetzt wahrscheinlich. Speed Boost Playsic. Wie gesagt. Ich habe OU lange nicht mehr gespielt. Und dann generell Showdown. Wirklich ein Jahr fast nicht mehr. Ein paar Ligen. Aber sonst nichts. Ja gut. Ist er live ab. Oder? Ja. Ja gut. Hydrang. So. Dann geben wir hier Frust. Wenn ihr Attack überlebt. Das kommt bitte. So. Wir müssen hier eigentlich auf Fire Punch gehen. Denn Ushifu im Wasser kann ihr wisst schon. Ähm. Water Jet. So. Fire Punch. Wir killen. Arcto Zolt. Jawohl. Weg mit dir. Nine Tails. Hagelschaden bekommen wir. Arcto Jet. Kill uns aber. Sehr schön. Jawohl. So. Eskburn wie gesagt. Das könnte uns helfen. Fire Punch macht guten Schaden. Ja. Crits. Searching Strikes hat der eingesetzt. Dumm von mir. Aber wir hätten Flair Blitz nicht drücken können. Ja das war jetzt nicht so gut. Gut wirklich gut gespielt von mir. Das muss man schon sagen. Wie gesagt. Ich habe das Team noch nie getestet. Vielleicht sollte ich mir deshalb mehr Zeit lassen. Na aber Ushifu. Wow. Rapid Strike. Also Ushifu was der Kampf ist insane gegen uns. Ja. Der nächste Gegend hat ein... Interessantes Team. Relaxo Zvallog. Coplosio Voltenzo. Nicht Voltenzo. Nein. Voltenzo. Voltenzo ist ein Elektro-Programm aus dritten Generation. Dragon Knight und Tapu Fini. So wir gehen in Kurtl. Und er lädt mit Sunroos. Okay wir haben hier Hydreigon. Hydreigon hat Roost. Das passt schon. Oder wie spielt man Sunroos? Eigentlich können wir auch in Lanroos gehen. Der wird wahrscheinlich auf eine Elektro-Taki gehen. Knockoff. Okay. Das ist zu vertragen. Wir... Also er geht jetzt wahrscheinlich in Tapu Fini. Und Knockoff ist hier wahrscheinlich besser. Oder er tauntet und wir bekommen Knockoff hier raus. Sehr schön. Sage ist weg. Und jetzt gehen wir mit den U-Turn raus. Er will jetzt Hard switchen. Oder er hat die U-Turn drauf. Das sehen wir gleich. Verhöhen er. Streu dich darum. So. Er geht in Tapu Fini. War klar. Aber wir können jetzt in... Bees of Lore gehen. So. Wenn wir theoretisch auf Croft gehen. Also wir haben nichts gegen Dragon Knight. Wir gehen einfach mal auf Giga Train. Er muss hier raus switchen. Hat Zwollog Vegetarier. Nein. Wir gehen hier einfach mal auf Giga Train. Sehr gut. Play. Er bleibt drinnen. Überraschenderweise. Ice Beam. Warum spielen wir auf diesen Ding Ice Beam? Wir haben nichts zu verlieren mit Giga Train. Wie gesagt. Live-Obschaden bekommen wir. Aber wir können hier recoveren. Blaze Fallon. Okay. Speckschicht. Relaxen macht mir gerade ein bisschen Sorgen. Egal. S-Power. Wir bleiben hier einfach drinnen. Wir haben hier nichts zu verlieren. Sehr schön. Place Fallon's Ground. Raus in der Sonne würde es extrem viel Schaden machen. Also. Für Hydreigon hätten wir... Also für Snorlax hätten wir Hydreigon. So. Ehrlich gesagt. Müssen wir hier drinnen bleiben. Müssen aggressiv gegen Körs Snorlax spielen. Oder wir gehen einfach so in Hydreigon. Lefty. Ja. Was ist das? Ey. Wie? So. Wir können hier einmal Nessie plotten. Das ist glatt. Tapu Fini ist schon angechippt. Rocksled macht keinen Schaden. Bandit ist es auch nicht. Wir gehen einfach mal auf Roost. Denn hier bin ich... Ja. Hier will ich ein bisschen langsamer spielen. Okay. Ich dachte vielleicht kommt eine Kampfattacke. Superpower oder so. Ja gut. Dann geben wir einen Kürtel. Nichts zu verlieren. Gut. Die Tarnstände können wir rauslegen. Wir könnten Snorlax auch burnen. Das werden wir jetzt auch tun. Der macht keinen Schaden. Wir könnten auch auf Lava Blumen gehen. Aber Willowist. Burn is safe. Sehr schön. Gut. Hmm. Jetzt können wir eigentlich wieder in Hydreigon gehen. Oder? Trugena. Ja. Dann gehen wir in Landruth. Und hauen ihn die Lefties weg. Denn die Lefties nervenschwohnt. Aber wirklich. Was will Snorlax tun? Es ist geburned. Ja. Das ist die Snorlax ist nicht mehr so gut. Die Lowletter muss ich nur sagen. Aber egal. Also wenn das Snorlax down ist, macht Hydreigon im Main schaden. Müssen schauen, dass wir Hydreigon safe reinbekommen. Speckschicht relax ist ein Problem. Das schon. Aber wie gesagt. Da können wir drum herum spielen. Gut. Vinosaur ist angechippt. Könnte sich mit Gigas sogar wie gesagt noch heilen. Also das. Tragoran. Das ist ein bisschen problematisch. Da müssen wir aufpassen. Das ist ein Thunderous. Da können wir wieder auf die U-turn gehen. Torn bringt ihm hier jetzt nichts. Er muss einen Hardswitch machen. Oder. Ja. Er geht in Tapfini. Sehr schön. Und. Wir gehen hier in Heatran. Hier können wir Heatun safe reinbringen. Können eine Eruption drücken. Die auf jeden Fall Schaden macht. Und in der nächsten Runde macht die Eruption nochmal sehr viel Schaden. So können wir ihn forsten, dass er vielleicht Relaxo reinholt. Ja. Erd Speckschicht. Aber Eruption. Joy Specks. Sonne. Step. Die Attacke muss Schaden machen. Damn. Yon. Burn. Weg mit dir. Oder auch nicht. So. Misty Terrain nach Yon. Funktioniert das? Das will ich jetzt nicht eingehen. Wir gehen einfach mal in Landerous und knocken. Und drücken Knock off. Protect bringt ihm gar nichts. Gena Rockslide Protect. Warum Rockslide? Also wir haben Kurtlohn Flampie. Das will ich sicher etwas bringen. Aber Erdbeam ist hier immer defensiv besser. Für welche Pokémon? Tragora. Da gibt es aber Ice Punch. Ich dachte mir so. Für Kramor. Skarmary. Da gibt es zum Beispiel Fire Punch. So gut. Da gehen wir einfach mal auf Knock off der. Also der kann cutten. Gerade um Body Press. Ja. Ich weiß nicht wie er den sonst anders spielen sollte. Kurtloh. Perfekt. Und wir opfen jetzt ein Pokémon. Landerous brauchen wir. Da haben wir jetzt vielleicht auch noch. Wir opfen einfach mal Hydregan. Body Press. Weck mich dir. Aber Leute. Wir haben Eruption. Heat Rain. Wir sind safe. Wir sind nicht mal safe schneller. Watt. Aber egal. Weck mich dir. Wahrscheinlich wäre er Full HP. Full Def. Aber wirklich. Warum? Warum kann Swallow so schnell sein? Hätte ich jetzt nicht gedacht. So. Wir bleiben hier drinnen. Sunwave. Okay. Wir kommen durch. Die Sonne ist raus. Erst könnten wir Eruption drücken. Trägt er die Heavy Duty Boots? Nein. So Eruption. Er dedanzt sich jetzt. Oder er geht gleich auf EQ. Dann gehen wir in Landerous drücken. Knock Off. Der Angus Drop ist wichtig. Ist er Bandit? Weakness Policy. Okay. Trägen Glor. Jetzt U-Turn haben wir. Gehen in der Manitent und drücken Flare Blitz. Eine runde Sonne. Die Attacke müsste eigentlich ausrechen. Aber wirklich. Wir haben eigentlich gar nichts gegen EIN. Dragoran Flare Blitz Demol würde ich mal sagen. Sehr schön. Ja gut. Leute. Ich werde den nächsten Gegner suchen. Ja. Wir haben den nächsten Gegner gefunden. Stoll. So sieht es zumindest aus. Hytero. Morlord. Toxapex. Tancroft. Despotan. Ferrothon. Wäre das Despotan nicht da Eruption Heatran? So. Er wird vielleicht mit Zitaliden um die Rocks rauszubringen. Ja. Gut. Nur dass ihr es wisst. Vor dem Part dachte ich mir schon. Ja. So ein Sonnenteam ist es nicht so stark. Es ist auch jetzt nicht so gut wie ein Regenteam. Auf keinen Fall. In Gen 7 ist sowieso nicht wegen Zompix. So. Heatran. Eruption. Den all. Aber wie gesagt. Ich liebe Sonne. Vielleicht werde ich noch mal die Sonne im Obvious spiel. Mit Annen. Klurak mit Solarkraft haut auch richtig rein. Wie ein Heatran. Denn Klurak ist mein Lieblingspokon. Vielleicht werden wir das noch mal ausprobieren. So. Was willst du da rein wechseln? Ja. Tyranitar ist eine Runde zu spät. LOL. Wir machen null Schaden. Ja gut. Lenroos würde ich mal sagen. Kann der Eis beam? Stathrock. Wir gehen hier auf Devok. Wir verlieren hier erst nichts. Zumindest wir müssen hier auf Devok gehen. Devok ist hier sehr wichtig. Tango. Ja. Auf Knockoff. Weil es Dallteam immer versuchen. Die Hazards zu legen. Und die Items mit Knockoff abzuschlagen. Die Heavy Duty Boots. Knockoff. Natürlich. Passt schon. Es bekommen leider keine Recovery mehr. So. Wir gehen jetzt hier auf U-Turn. Wir werden es nicht noch mal auf Knockoff gehen. Wir gehen in Kurtl. Und der geht noch mal auf Knockoff. Verstehe ich jetzt nicht. So. Wir müssen jetzt in Heatran gehen. Oder wenn er auf EQ geht, wäre das nicht so nice. Wir gehen in Hydreigon. Hydreigon ist auch eine Wing-Cone. Wir müssen aber auf Unwear Quacks aufpassen. Unwear Quacks aufpassen. Und so. Mh. Ja. Landerous. Also das Spiel kann sich ziehen. Devok. Ich müsste eigentlich aggressiver sein. Ich muss schauen, dass ich genug aggressiv bin. Aber jetzt will ich meinen Scouten wieder Gegner spielen. Und wenn ich es so sehe, Tricky Farlow kann mit Darkfall Flinch den Gegner besiegen. Also der wird es wahrscheinlich wie den Tangrowth rauswechseln. Ja. Und Knockoff drücken. Jetzt gehen wir in Kurtl. Und jetzt müssen wir mit Kurtl irgendetwas machen. Wir haben Rest. Das passt schon. Jetzt können wir einfach mal öfters mal Lava Bloom drücken. Toxic ist egal. Jetzt holen wir mal die Rocks raus. Und gehen in Heatran. So. Jetzt könnten wir Flash kennen drücken. Ist das der Play jetzt? So. Oder was kann der Renita eigentlich gegen Hydragan tun? Es kann nicht Toxin. Wir sind schneller. Wir haben Roost. Wir haben Nasty Plot. Der Protected. Wir haben Earth Power. Plus zwei. 700 Spezialangriff. 30-40%. Wären sehr schön. Der kann in Quagsire gehen. Aber wir können Quagsire flinschen. Das darf er nicht vergessen. Ähm. Ja. Wir machen 40% mit Darkpulse flinschen. Also. LOL. Ja. Toxic. Das ist das nicht so nice. Wir brauchen jetzt den Flinch. Ja. Darkpulse. So. Jetzt wird der nochmal auf Protect gehen. Ja. Hi. Darkpulse. Demol. Wir sind auf Plus 6. Aber ich muss hier irgendetwas tun. Wisst ihr was? Wir gehen hier auf Darkpulse. Der kann in Quag gehen. Also gegen Toxic. Double Protect. Ist das sein Ernst? Triple Protect. Wow. Ich habe nach Game of Hoos. Aber der wird nicht Double Protect bekommen. Ach. Nee. Der wird es nicht Triple Protect bekommen. Wir gehen in Landros und drücken. Nihue. Der kann switchen. Aber Leute. Ja. Das Team kann jetzt nicht wirklich gegen Stolz tun. Toxic. Und wir haben verloren. Heatran. Ja. Knockoff. Flames. Flaschkinen. Wir müssen jetzt etwas predikten. Der wird hier. In Tyranite. So. Two-shotten wir ohne Specs. Nein. Tauschen wir Heatran dafür aus. Ja. Also den Kampf. Ich denke jetzt nicht, dass wir noch gewinnen. Aber. Ja. Wenn Tyranitar raus ist. Können wir die Sonne rausholen. Darum geht es mir ja gerade. Er hat keinen EQ Switch in. Der wird jetzt nicht Tangerhoth rausholen. So. Bitte. Opfere. Einfach. Dein Tyranitar. Wie gesagt mit Vinosaur. Er kann Vinosaur nicht toxiken. So könnten wir uns noch ein Comeback ermöglichen. Er geht in Quagsai. Wie viel Schaden. Wir kommen Quagsai. Null. Man kann so viel Heavy Duty Boots spielen. Deshalb sagt sich ja Knockoff. Ähm. Ja. Wir gehen in Vino. Der geht wahrscheinlich auf Toxic. Scroll. Can burn. Recover. Gut. Wir kommen nicht gegen Pharaoh durch. Wenn die Sonne nicht raus ist. Das weiß er auch. Der wird es draus wechseln. Wird der in Toxpix oder Pharaoh gehen? Wir gehen in Kurtl. Der wird in Pharaoh gehen. Ja. Gut. Wir gehen jetzt mal auf Rests. Tyranitar. Und gehen jetzt in Lanruth. Er hat die Lefties. Die müssen wir jetzt einfach mal weg tun. Und. Ja. Der weiß es. Der kann. Brr. Der ist wirklich ein. Ja. Was soll man sagen. Rockblast. Das spielt nicht Toxin. LOL. Wir gehen hier auf U-Turn. Und. Wisst ihr was? Wir gehen hier auf EQ. Vielleicht prediktet er. Dass. Wir auf U-Turn gehen. Er tankt die Attacke. Und kann mit Rockblast. Irgendetwas machen. Maybe. Pharaohzone. Wow. Ja. Lanruth braucht mir hier jetzt nicht mehr wirklich Knockoff. Würde ich mal sagen. Obwohl. Ich brauche immer einen Switch gegen Tyranitar. Ja. EQ nochmal. Vielleicht killen wir das Pharaoh jetzt. Leash Seed hat zum Glück mich getroffen. Sehr schön. Es ist nicht mal down. Die Fog würde ich mal sagen. Nochmal. Die Heavy Duty Boots. Tankroft. Ja. Gut. Ähm. Kuttel. Wir drücken hier Lever Bloom. Ja. Wir werden hier auf Knockoff gehen. Wow. Also wirklich. Ich spiele selbst gerne Stall Teams. Ähm. Ja. Wir Willowwispen ihn einfach mal. So. EQ macht es keinen Schaden mehr. Es können wir auf Rares drücken. Wir schlafen zwei Runden. Ähm. Wir müssen in Domenitin gehen. Und Firepunch drücken. Der darf sich jetzt nicht hochheilen. Ähm. Ja. Aber Leute. Es ist noch nicht verloren. Wir gehen jetzt in Kuttel. Wie gesagt. Der muss jetzt in Quakeside bleiben oder so. Also wir haben Earth Power. Also Ferris ist angechippt. Das war eigentlich sehr wichtig. Gut. Turns to Sleep. Keine. Wir gehen jetzt einfach mal in Domenitin wieder. Ein guter Play von uns. Ich will die Switch Advantage bekommen. Deshalb Flärblitz. Sehr schön. Vino. Der wird jetzt rausmixen. Wir gehen auf Growth. Also Blissey. Solange der nicht T-Wave hat. Ist alles in Ordnung. Wirklich alles in Ordnung. Wir haben Giga-Rin. Wir heilen uns so hoch. Auch wenn wir den Lifehub haben. Wir müssen wie gesagt jetzt mal an uns boosten. Tyranita darf kein Speed. Okay. Egal. Wir sind der schnellste Mon. Wish. Will der irgendetwas heilen. Vielleicht Pharaoh. Deshalb müssen wir auf Earth Power gehen. Ja. Also wenn. Oh. Wisst ihr was. Wenn der Pharaoh. Okay. Der auf 100%. Pharaoh dürfte wir nicht hochheilen. Ich dachte mir schon. Wisst ihr was. Giga-Rin. Auch wenn er vierfach resistent ist. Er muss auch ausreichen. Vielleicht bin ich jetzt greedy aber lifer. Plus zwei. Giga-Rin. Toxipix. Sehr schön. Fast 100% wieder. Nice. Der Sandstrom ist uns egal. Tankrow kann reinkommen. Oder Tyranita. Danke für den Giga-Rin-Schaden. Du bist nicht Scarf. Weg mit dir. Also. Ich. Fähre schon den Sieg. Aber nein. Lieber noch nicht. Wirft haben mir Giga-Rin. Holy shit. Giga-Rin macht insane viel Schaden. Da Leute. Da geht mir geht auf Leute. Er kann uns nicht toxinieren. Und. Wir können Setupen. Wir sind der schnellste Pokémon. Auch ohne der Sonne. Wir brauchen. Keine Feuerattacke. Wetterball in der Sonne brauchen wir nicht. Da Tank. Da schon das. Tentantel. Angechippt ist. Es hätte uns vielleicht dann besiegen können mit Chiron Ball. Und wir machen keinen Schaden. Nicht. Wenn wir nicht in der Sonne sind. Ja. Also. Insgeheim war. Wie nur schon immer uns rohen können. Wir mussten halt sehen. Wie spielt das ein Team. Was hat es auf Despotor. Auf Tankroof. Und. 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 Ja Leute. Ich hoffe. Der Part hat euch gefallen. Wir haben zum Glück gegen das Stallteam gespielt. Aber wie gesagt. Äh. Also ich habe sehr viele Erfahrungen in Gen 7. Und Gen 7. Habe ich auf der Highlighter. 1900. 2011. öfters ein Stallteam gesehen. Und auch selbst gespielt. Meine Erfahrung danach ist. Du musst Knock Offen. Hier besonders mit den Heavy Duty Boots. In Gen 7. Gals. Keine Heavy Duty Boots. Und du musst natürlich die Tarnsteine legen. Auf jeden Fall Leute. Ich hoffe. Der Part hat euch gefallen. Bis dann. Ciao.